Aber das sind das NPCs. Ne, das sind NPCs. Aber die schießen halt echt, die treffen jedes Mal. Okay, ich versuch's einfach. Guck mal, ob das hier überspringt. YOLO! Man kann die Sequenz nicht überspringen. Das ist blöd. Nicht? Ach ja, stimmt. Das ist behindert. Du musst echt aufpassen. Du musst dich verstecken und denen echt Headshots geben, weil das ist abartig, wie die treffen. Lol, was ist denn das? Irgendwo klingelt's. Da klingelt was. Hast du eins an der Klingel? Ja. Ist ja gut, Alter. Hör auf zu klingeln. Also ihr dürft euch das da unten gerne durchlesen. Ich hab grad keine Lust dazu. Ich seh nur zu, wie cool das sich bewegt. Ja. Und wegläuft. Ich bin die Hippie-Karra am coolsten. Sind wir zusammen in der Mission? Das wär jetzt, das wär ultimativ Hipster-mäßig. Aber ich bezweifle es. Drehe in das Gebäude ein und berge die Beweise. Aber pass auf. Auf die Wachen auf. Die Wachen werden dich nicht bemerken, wenn du schleichst. Versuch am besten, ihnen komplett auszuweichen. Challenge accepted. Wie kann man nochmal schleichen? Oh. Äh. Keine Ahnung. Indem du dich duckst. Achso. Alter, das geht auf die Augen. Das geht auf die Augen. Mach nicht das, das, äh, Dinges. Das Nacht-Visier-Dingens-Bummens an. Erstmal probieren. Erstmal Nacht-Visier an. Ich bin wieder da. Oh, fuck. Ja, sag ich ja. Das geht auf die Augen. So. Du bist echt auf die Augen. Ey, man hat doch ein Messer. Ja, das Messer ist mein Freund. Ich hoffe, hier oben steht jetzt kein, kein Tüppi. Oh, 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 oh. Ich rushe die gerade einfach voll durch. Ich habe einen umge- Ich habe einen gekillt. Ich glaube, ich habe vergessen, mich auf Beschäftigt zu stellen in Skype. Das ist dumm. Ich habe einen gekillt. Zwei gekillt. Äh, da unten ist der MM-Airliner. Hallo. Siehst du mich? Ja. Hä? Sehen wir uns? Ey, cool, ich bin hier auch. Ey, wo seid ihr denn? Ich sehe euch gar nicht. So, den versuche ich jetzt zu messern. Versuch mich nicht. Oh ja, Messer. Ich will auch Messer. Messer. Nein, nicht sterben. Nicht sterben. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich bin tot. Ähm, ich mache mal kurz einen Cut und stelle mich in Skype auf Beschäftigt. Bis gleich. Du hast die Aufnahme weiterlaufen lassen, oder? Ja, nein, ich habe sie jetzt auch gerade beendet. Kurz. Ja gut, meine läuft wieder. Bis ruhig denn, den nicht gekillt. Ich habe ihn gekillt. Relax, den Marsch. Nein, 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 nein. Fuh. Ich bin auch tot. Ich habe es, bis jetzt habe ich zwei gekillt. Fuh. Deine Mama. Bleibt er da einfach dumm stehen, oder? Ja, bleibt er einfach dumm stehen. Das finde ich die beste Wache ever. Weil dann laufe ich dem ein... Würde ich bei mir auch einstellen. Mhm. Ih, wie lange braucht der denn für die Behandlung, ey? Alter! Am Arsch sieht er mich hier hinten noch. Stirb, bitte! Wieso hat die, 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 die Schalldämpfscheißwaffe einfach so eine Drecksreichweite? Nein, ich bin gestorben! Wieso kannst du nicht einfach drauf gehen, wie jeder normale andere Mensch auch? Ich bin am Anfang gestorben. Ich war am Anfang von dem Ding, also ich war schon fast in dem... Scheiße. Bäm! Gott, ja, bitch! Wenn man schleicht, sehen sie einen nicht. Ich auch sehe schon, aber wenn du erst näher dran bist, dann wird... Ich habe nicht gesehen, dass da noch einer steht. Weil das war ja dann am Eingang, da standen links und rechts an. Ich habe nur den linken gesehen. Den rechten habe ich zu spät bemerkt. Ja, klar steht da oben ein Typ, wäre ja sonst auch zu einfach, wa? Scheiße. Ich habe am längsten überlebt, will ich gerade mal anmerken. Ich wette, für diesen Satz werde ich gleich drauf gehen. Wo bist denn du schon in dem Gebäude drin? Äh, nicht wirklich. Siehst du, da war ich nämlich. Yay, du bist wieder fit. Und wer ist denn das, wenn Turas gespawnt? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nein, tu es du nicht! Fick dich! Nee, du bist echt weit weg verspawnt, das ist ja eklhaft. Mami, tot! Ja, also gegen die M4 kannst du mit deiner schwulen Schalldämpfer da auch nichts ausrichten, ne? Nee, ich vergeb' dich, du musst halt echt gezielt und, ähm... Ja. Ähm... Du bist gestorben, wir sind nun im Krankenhaus hier zusammengeflickt. Ja. Lass mal das L weg. Wollte ich gerade sagen, am besten überlesen wir an das L nicht. Doch, ich vergiss das L gerne. Das L, das verkaufe ich. Es gibt bei Battlefield 3, gibt's auch so eine Mission, ich flick das. Ich flick das? Oh nein, Entschuldigung. Biep! Ja. Hat keiner mitgeklickt, ich wusste. Das muss dir leise zensiert werden. Ähm... Das machst du nicht. Keine Ahnung, ich hab jetzt grad irgendwie Bonus bekommen. Für irgendwas, fürs Sterben vielleicht. Nee, ich hab... Echt? Ich... Normalerweise bekommst du auch dafür die Mission da Bonus, aber die hast du nicht geschafft. Ja, ich hab einen Bonus bekommen. Wofür auch immer. Fürs Sterben, keine Ahnung. Fürs Draufgehen. Ja. Ich hab keinen Bonus bekommen. Noob. Doch nicht. Ich hab einen Bonus bekommen, weil ich es am längsten ausgehalten hab. Klar. Am Sack. Also, ich mach die Mission nicht nochmal. Ich geh dann nachher arbeiten. Oh lol, hier steht irgendwas. Weil ich hab ja letztes Mal den Traktor freigeschaltet, den will ich jetzt dieses Mal von einem Mann erfahren. Aber so haben die Leute wenigstens ein bisschen Action gehabt. Ne? Ich glaub hier ist grad ein, ein, ähm, sucht ein Reporter oder so. Ja, das hab ich auch grad gemacht. Äh, blablabla, gedacht. Wir sind in einer der drei Hauptstädte. Ja, super, Xioter. Mit, ohne Auto hier geht das ja, ja nicht. Mit einem, ähm... Mit einem, ähm... Ganz, Marcel, weißt du noch, wo wir gesucht, äh, Suche den Reporter gespielt haben und ich ohne Mapkenntnisse einfach beide gefunden hab? Ja, hier fährt einer mit dem Auto und der möchte ich jetzt... Ich hab einen. Echt? Oder? An der ist ein Hausbesitzer. Ich überleg mir auch grad, ob wir, gibt's Häuser in, äh, in, äh, Las Venturas? Keine Ahnung. Du bist wieder fit, pass beim nächsten Mal besser auf. Ja, erzähl das den Wachen bei der Area 69. Ich fahr den Typ mit dem Auto hinterher. Nein, auch scheiße, 51. Wie heißt die Area? Area 51, oder? Ja. Gut. Ich bin schneller als ein Auto mit dem Roller. Ach, die Medics haben aber... Kann ich das fahren? Ja, die Medics haben aber coole Einsatzfahrzeuge hier in den Stratum. Würde ich auch nehmen als Einsatzfahrzeug. So. Jetzt können wir mit, mit dem schnellsten Roller ever uns mal auf die Fresse legen. Ich bin bei Shooting Boy 7 auf dem Auto. Ich bin grad auf nem Roller. Ich werd ihn jetzt mal eiskalt killen. Wie kannst du ihn killen im Auto? Ne, ich hol ihn raus. Du bist so ein böser Mensch. Und tsch, 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 Schlägerei. So, ich fahr jetzt mit dem schnellsten Roller ever. Fahr ich wieder zurück nach, äh, zu der, zu der Drogenfarm da, wo wir gerade waren und hol meine Karre ab. Aber du weißt schon, wenn du ihn tötest, dann zählt das als SDM. Ne, ich hab, bin, warum ich zu dem Täter fahren kann, zum Doppel-T. Doppel-T. Keine Ahnung, wie heißt diese, dieses Militär, diese Militär-Area, wo wir gerade waren? Ja, Area 51. Ja, dann hab ich, ja. Wie komm ich auf Area 69? Äh, ich wüsste was anderes mit 69. Ja. Nö. Wenn du uns so ne, wenn du Jan so ne Vorlage bietest, dann musst du dich nicht wundern. Das hast du gesagt, nicht ich. Also, da, zuerst hast du es gesagt. Ja, hauptsache pervers war. Ho, gay. Jetzt färme ich mal zu dem blöden Ding da. Ich hatte mein Roller schon mal gedacht. Ohohoho, das war godlike. Das war einfach nur godlike. Einfach am Schill vorbeigesprungen. So, und wieder mal stelle ich die Offroad-Ambition dieses Rollers unter Beweis. Und stelle fest, der Anzug von diesem Roller ist scheiße. Also, wobei, für den Roller, für den Roller, ich spreche super Englisch. Nein, für den Roller ist eigentlich der Anzug ganz gut. Charts and Pop. Er läuft nebenbei 140 oder so. Oh lol, ich glaub, ich darf die Musik gar nicht abspielen lassen. Dann mach aus. Verdammt. Ich bin grad auf diesem Highway gefahren und dachte so, ja, ich muss noch ein bisschen fahren. Bin einfach weitergefahren, die ganze Zeit. Da hab ich nach einer Zeit gemerkt, dass ich immer noch viel zu weit gefahren bin. Fail. Bin jetzt auf der anderen Seite. Nein. Danke, Bodenwelle. Ich wär fast in den Fluss gesprungen um den Flughafen. Drum rum. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Oh, die Hure. Ah, Jan. Dann, nicht beleidigend werden. Oh, die Radio ist hier. So, wo fährt denn der Typ bitte hin? Ich hab gar kein Radio. Ich schrumpf. Ich will kein Radio haben. Ich hab's ausgefunden, wie man's anmacht. Ähm. Nein, ich mach Radio aus. Das heißt. Sonst freut sich die Gamer wieder nass ab. Und die Freude wollen wir der Gamer nicht machen. Nebenbei, mein Roller läuft 150 den Berg hinu. Den Berg hoch. Mach nach, Junge. Meiner läuft 108 auf der Geradenstraße. Ja, auf der Geradenstraße. Aber meiner läuft 150 den Berg hoch. Mach das mal in echt nach. Ja, mach ich mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad, genau. Alter, noch mehr auf die Fresse legen geht auch nicht. Ich versuche mir gerade sein Auto wegzunehmen, indem ich hier sage, dass ich eine Abkürzung kann. Am geilsten war gerade eh, ich bin so fübeldlang, bin in die Mauer gefahren und bin erst mal 10 Meter weggeschneudert. Also wenn der MMR-Liner bei euch ist und sagt, er kennt Abkürzung, gibt ihm nicht die Autoschlüssel. Ha ha ha. Ein Scheiß. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Jetzt antworten wir mal, Alter. Gib mir doch einfach mal dein Auto. Du wirst es auch nicht bereuen, Ups. 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 Slash Break. Es sollte irgendwie, wie in Samp, sollte es hier eine Befehlwiederholt-Taste geben, dass man hat. Irgendwie Pfeil-Taste nach oben drücken kann, damit der letzte Befehl wiederholt, aber das geht irgendwie nicht. Echt jetzt? Er fährt mich auf jeden Fall zu einem Teg, so wie es aussieht. Aber er fährt voll umständlich. Dann schau einfach mal querfeldein. Was? Ich bin weg. Ja, ich fahr hier mit dem Auto. Oh, lol. Den Ort kenn... Oh, nein. Den Ort kenn ich, wo wir jetzt gerade sind, da wo mein Auto auf dem Dach lag. Also ich gehe jetzt ein bisschen weiter fahren, ne. Einfach mal den Traktor ausprobieren. Ich hab sein Auto, ich hab sein Auto, ich hab sein Auto, ich hab sein Auto. Hast du wenigstens ein anständiges Auto? Ich hab sein Auto. Er ist einfach angehalten. Ich bin wieder eingestiegen auf der anderen Seite und bin auf dem Fahrersitz gerutscht. Was hat er für ein Auto? Ähm, was ist denn das? Warte mal. Das ist ein Sadler, Sadler oder wie der heißt. Ah, Sadler ist doch volles armen Auto, nicht? Das ist mir egal, ich hab ein Auto. Traktor fahren, 12 Dollar pro Pflanze. Du brauchst ein L... Ein Traktor zählt als LKW, verarschen? Ich kann jetzt sein Auto in die Luft sprengen, dann hat er keins mehr. Das mach ich. Ein Traktor zählt als Auto, auch... Äh, ne. Ein Traktor zählt als LKW, auch noch nicht gewusst. Wieder was dazugelernt. Naja, wenn jemand sagt, ich war Traktor, dann musst du immer fragen, hast du einen LKW-Foberschein? Jan, wo gehst denn du jetzt hin? Ich fahr zum Tee. Dann mach ich halt ein bisschen normaler Feldarbeiter. Ich kann jetzt auch für mein Auto mal holen. Und gleichzeitig das Auto in die Luft sprengen. Sag, wo bist denn du, Jan? Jetzt fahrt Pee. Du bist schon da und startet die Mission noch nicht. Will dir mal eine geile Eroberung zeigen. Self, warte, ich würd jetzt mal gucken, wie viel ich noch auf dem Konto hab. Äh, ja. 2.600! Woher kommt die 2.600 Dollar? Man weiß es nicht. Jan, das ist deine Tampa. Was? Guck mal hier. Machst du nicht dir gerade meine Tampa zu schaffen? Nein, das ist meine Tampa, die da steht im Ärgern. Oh, Leute, da steht meine Tampa. Ich würd sagen, wenn wir schon so viel Kohle haben, gehen wir gleich mal tunen. Ja, ich geh jetzt mal das Auto in die Luft sprengen, indem ich hier überall mal gegenfahre. Ich wünsch dir viel Spaß dabei. Ich hoffe, du stirbst. Nein, ich sterbe nicht. Bist du sicher? Ja. Schreib's in die Kommentare, ob er stirbt oder nicht. Jetzt. Ich werde sterben. Aber ohne vorzuspunten, ob er wirklich stirbt. Das wär lame. Nein, ich werde nicht sterben. Oh, lol. Das haben viele Leute vor dir auch gesagt. Das Auto fängt ja nicht mal an zu rauchen. Das gibt Stress, du... Oh. Shooting Boy 07 schreibt, das gibt Stress, du Huchensohn. Weil ich ihm sein Auto geklaut hab. Boah. Marcel, stopp mal. Bleib mal stehen. Ich will ihn kaputt machen. Was für ein Level ist der Typ? Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich hier ein Dingsbums hab. Hast du ihn getötet oder einfach nur geklaut? Nein, ich hab sein Auto geklaut. Ja, ich seh das. Jetzt bete, dass er nicht in der Fraktion ist. Sonst setzt er dich auf die Blacklist und dann bist du im Arsch. Oh. Ist er in der Fraktion? Ey, guck mal, du hast mich hier auch abgesetzt. Ja, ich nehm dich auch gleich wieder mit. Ja, Alter, ich bin hochgesprochen. Okay, jetzt sollten wir rausgehen. Ich kann nicht weg. Nein, er hat's nicht taubiert, oder? Scheiße. Aber das ist ja lustig, weil es ist immer noch gebrannt. Ich schreib hier mal SMS. 820. 18... Nee. 86. Also Marcel, wenn du mal jeden durchschauen willst, der auf dem Server ist, brauchst du eine halbe Stunde. Für das Wort. Mit Hurensohn gibt es Stress. Alter, da hat einer eine Ping von 2321. Kleiner Mann. Bester Anbieter ever. Ja. Telekom. Was ich gemacht habe, war nicht verboten. Nicht? Oh, egal. Nein, war nicht. Es ist ja legitim, um das Auto zu klauen, ob du von Bullen verfolgt wirst. Es ist ja dann wie in der anderen Zeit. Wie kann ich meinen Job kündigen? Äh, quit job. Slash quit job. Job. Bist nun arbeitslos. Super. Hartz IV. Yay. Wo kann ich nochmal mir einen Job beantragen? In der Stadthalle, ne? Nee, nee, nee. Musst du nicht in die Stadthalle. Da kannst du die Standorte anzeigen lassen. Du kannst direkt zum Job hinfahren, wenn du weißt, wo er ist. Okay. So, jetzt. Nein, mach ich nicht. Ich fahr jetzt mal die Mission. Ich glaub, ich hab die Befürchtung, ich hab keine andere Wahl, als das hier zu tun. Oh, ich muss essen. Ich muss essen. Ich hab nur noch 25% Essen. Ich auch. Bei mir blinkt's, aber scheiß drauf. Bei mir blinkt's auch. Deshalb fahr ich jetzt mal irgendwo hin. Ja, ich fahr irgendwo hin. Man glaubt es kaum. Kann ich hier runterrutschen? Ich kann das. Und ich hab die Mission wieder gestartet und werde gewinnen. Lasseh, komm mal bei uns jetzt sehen. Ich weiß nicht, wo du bist. Wo startest du denn? Bist du schon, hast du schon bewegt? Also ich werde die Mission nicht nochmal starten. Wir werden das nochmal machen. Alle guttags drei. Siehst du, dass das Intro gerade ja... Ja, ich weiß schon, wer euch dann abholen darf. Du. Das, der Scheiß ist einfach, ich hab nur einen Platz frei. Egal. Das Dach hat auch. Das ist ja als Carsurfing. Ich weiß nicht, ob ich gelaufen bin. Alter, das glaub ich doch nicht! Das hat grad ausgesehen wie so'n Blitzer. Egal. Ähm. Alter, aber das knallt. Mich hätt' doch fast einer gesehen was. Ich hab den ersten hab' ich abgeknallt. Ohne Dempest zu bringen. Da ist ein Burger auf der Map. Ich fahr einfach mal zum Burger. Ähm. Ja. Fahr doch Pizza. Ihr müsst leistet sein. Ihr müsst leistet sein. Dann hören mich die Wache. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö wo geht es zum burger links ich weiß welchen rechts da ist der burger essen 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 mampfen 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 du bist bestimmt zu einer burger kaufen abbrechen so da ist die erste wache tot ja ich bist ja erst bei der ersten wache nein die erste wache an dem eingang aber da steht nur noch eine zweite slash eat guck ich dass ich die von oben krieg eins muss ich dafür aussteigen die krieg von oben nicht die haben alle auf mich geschossen und ich habe alle weg geholt 2 slash 3 steht innen drin auch noch eine ich würde sagen hier stehen überall welche das ist das problem wir kaufen uns noch mal drei bürger so noch mal eine tod jetzt habe ich mir noch mal drei bürger gekauft also ich muss jetzt nicht immer hier zurückfahren log 1 ich habe noch eine getötet in dem haus denn auch welche ne ich weiß nicht ob jetzt hier noch welche sind ich habe schon übel viele ausgeschaltet jetzt yolo army typ innen drin sind auch übel viele ich fahr jetzt ich fahr jetzt mal auto tunen während ihr euch noch abmurksen lässt viel spaß aber wir lassen uns hier gerade gar nicht abmurksen nee also ich finde ich gerade auch gut oh lol hier sind ja gar keine betonung auf noch naja scheiße oh doch wow das sind ja welche naja hab ich doch gemeint viele viele einer hat den statt bekommen der andere auch hä wo muss ich denn überhaupt hin Marcel was würde ich hier denn machen du musst da professoren suchen ups sorry mit weißen kittel die musst du killen das sind die die äh unseren freund hier belasten die schweine und dann musst du ähm sachen klauen äh ein ein gegenstand klauen der ist es der rote markierte punkt als ob mein auto nicht abgeschlossen war mein auto ist abgeschlossen alter du kriegst die du musst fünf professoren killen ich habe mein auto geklaut beim roten punkt stehe ich nämlich immer die ganze zeit drin nein da ist so ein ähm wenn du eine lange treppe die nach unten fährt ach so ja hier bin ich gerade noch eine wache ausgeschaltet es geht mit mir ich bin da voll der opa opa bro ich finde es lustig wie die nicht reagieren die wachen wenn du sie anschließt mit triumphern ich bin einfach um wie kann ich das nochmal machen dass meine ach mit oh ich hab den ersten professoren habe ich hier gefunden 600 oh war das knapp boah war das knapp alter habe halt keine munition mehr ja so geht es mir auch gerade weil du brauchst um die professoren abzuknallen übel viel ich habe noch 17 schuss das reicht nicht mehr die m4 nehmen ne die lassen das nicht die droppen das nicht was hat er hindert aber ich habe keine muni mehr gleich das ist lustig das ist irgendwie gar nicht lustig finde ich hä? woher brauchst du den ersten professor schon gesehen? ja ich hab der steht in einem extra raum oh hier muss jetzt aufpassen hm aaaaaaah was für einem extra raum? ich renne hier die ganze zeit rum wie so bekloppt warum komm ich hier raus? schließen l l l l l e l l Vielen Dank.